Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4 und nachdem wir beim letzten Mal etwas unglücklich durch die Autobahn gestürzt sind, wird das heute, dieses Mal hoffentlich viel schöner. Äh, ich werde mal hinten diese Ecke dann erkunden, wo dieses Dorf oder was das da ist, äh, war. Tja, erstmal ist es ein bisschen gelatsche wieder. Naja, es geht. Da sind wir auch fast schon. Wir könnten auch hier runter mal gucken. Aha. Da gab es eine Stelle, wo man durch die Brücke, also in ein Loch rein konnte. Also nicht wie eine Autobahn, wo man einfach durch die Textur gefallen ist, sondern wo ein errechtliches Loch war. Naja, gut, aber da ist nichts. Gut. Da ist so ein bisschen... ...ein bisschen am Strahlen. Alles einsaugen. Das ist anscheinend nicht wasserdicht. Das ist so ein bisschen schrecklich. Ja... Aber dafür ganz gut abgesichert. Nein! Wenn wir diese gefährlichen Möbel dann drauf sitzen lassen. Haben die hier irgendwo in einem Tresor? Nein! Ich sehe zumindest keinen. Ja! Ja! Hm? Ach so, das ist ein bisschen unübersichtlich hier. Naja, und da würde ich gerne weiter rauszoomen können. Das eine ist zu nah, das andere ist zu weit. Das hilft ja kein Stück. Hm. Okay, das ist die erste Reihe. Die ist sauber. Sumpfwald. Ähm. Das schreibe ich mir auch gerade noch auf, Autobahn, Kreuz, Masspike. Hm. Okay, schwimmen braucht man hier noch nicht. Ja schon. Äh, Red X. Okay, das scheint aber auch nicht betretbar zu sein. Ja, in der Hütte bin ich drin gewesen mal. Aha. Ist aber auch kein Eingang da Davon nur ein Dach Dann gehen wir mal rüber zur anderen Seite Mutierter Farm Was? Ach da unten Und da hinten Hmm Die werden wohl kaum zu mir hinkommen Kann man nicht bimmeln War? Wo kommst du denn her? Kommt wohl doch zu mir hin Bin auch auf sehr seltsame Art und Weise Ah doch Okay Die laufen da drüber Okay Hm. Wir haben auch ganz ordentlich Erfahrungen gebracht. Da ist noch einer. Noch einer. Die sterben irgendwie so, dass man die nicht lupen kann. Oder man muss irgendwas in der Luft, einen Blutzipfel oder sowas anvisieren. Haben wir jetzt alle? Nee. Da hinten ist noch einer. Da habe ich aber jetzt auch ganz ordentlich Munition verholzt. Da ist noch einer. Oh. Jetzt haben wir aber alle. Außer die Orientierung. Die habe ich verloren. Genau. Die. Die. Da. Die. Das war's. Das ist aber noch einer. Weg. Okay, da müssen wir mal was trinken. Ist da noch einer? Hallo? Fudududum. Fudududum. Da ist noch einer. Puh, ja, es war schon eine Hausnummer, mutierter Fahnen. Äh, Shilas Holoband. Warte, bis ich wieder zurück bin, bevor du die erste Lieferung nach Diamond City bringst. Es gibt da noch ein paar Dinge, die ich... Hey, Shilas, bist du das da oben? Die Stege sehen toll aus, aber wie bist du da hochgekommen? Da bist du ja. Hast dir echt Zeit gelassen, Jack. Gehen wir ne Straße weiter, da gibt es... Oh, scheiße. Dale, der Guhle. Pass auf, Dale. Lauf! Ja, das letzte... Lauf, lauf! Das hat irgendwie nicht so sehr überzeugend geklungen. So, dann werde ich hier auch erstmal... ...die... ...Optionen nutzen. Also, wir können anscheinend diese Fahne irgendwie in Diamond City abgeben. Hm? 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 Okay. Okay. Schreibt sich. Ja, da sind wahrscheinlich eine ganze Menge Leichen runtergerutscht. Ja, da sind wir. Hm? Ghoull-Leichen sammeln, okay. Munition! Na, hat aber jemand was übersehen beim Plündern hier? Und mutierter Fahn. Sehr schön. Geschafft. Ein Malpinsel. Ja, eigentlich müsste ich da durch diese Pampa auch noch laufen. Da kann man nicht rein. Da bin ich gewesen. Hab. Da bin ich da. okay aber hier ist zumindest eine ganz gute aussicht war ich in dem ding schon drin kann man gar nicht rein ach deshalb deshalb waren da so viele sachen drin das war ein gun shop gut wurde trotzdem nicht geplündert da ganz hinten muss ich noch hin da ist noch fahren das ist auch wieder so ein ding was man nicht wirklich von der richtigen seite plündern muss irgendwie aufbereitetes wasser habe ich gerade keins mehr mit das ist so 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 da ist nix da haben wir noch fahren kann man da rein wahrscheinlich nicht kann ich aber jetzt auch nicht doch da scheint mal rein zu können mhm ja gut dann gehe ich aber erstmal hier hoch so 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 da kann man dann ins wasser baden gehen super jo dann da drauf na sollte ich aber vorher auch wieder radex einwerfen ne da ist ah das kann man aber aufmachen das ist so 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 Ja, das war dann auch dieses Dorf, würde ich sagen. Hm. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch eigentlich... ordentlich Platz. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal wieder einen Ort finden zum Rasten. Ja, oder wir bringen den Kram direkt zurück. Ich mein... Ja. Das macht vermutlich am meisten Sinn. Wir sind ja ja sowieso nah am Übergang. Jo, dann kann ich aber auch Rat away einwerfen. Dann könnte man jetzt hochgehen. Oh, ja, das geht's up. Oh, ja, das geht's up. Ja, ja, ja. Verdammte Scheiße. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, okay, ich war zumindest hier oben drauf. Ja, stimmt. Also das hatte ich zumindest alles schon gemacht. Ja gut, dann fehlt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich dachte schon, das hier müsste ich jetzt auch nochmal alles machen. Ja, Glück gehabt. Dann muss ich jetzt nur nochmal über die Dächer jonglieren und das hier einsammeln. Aufs Glas. Mmh. Mmh. Näh. Will ich das ja jonglieren? Naja. Wie auch immer. Balancieren. Was natürlich immer ein bisschen doof, wenn man das einmal gemacht hat. Sich dann nochmal zu erinnern. Also neu quasi die Karte im Kopf zurechtzulegen. Wo man jetzt schon war und wo noch nicht. Dümdümdüm. Nein. Nicht so gesund. Hm. Dann machen wir direkt hinten das mit dem Red X. Wo ist? Na da ist aber nix. Wohl. Geschafft. So, dann wieder hoch Hier waren aber noch ein paar mehr Stellen, wo ich noch Farren einsammeln konnte Die muss ich jetzt nochmal wieder finden Hm? Hm? Okay Ah, das ist eigentlich jetzt... Ah, okay. Das hatte offensichtlich noch gefehlt. Und ich glaube, das habe ich auch beim letzten Mal nicht gesehen. Denn das ist doch eine ziemliche Menge. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich gehe aber gleich da oben. Oh, da ist. Oben war ich aber auch noch nicht, oder? Oder doch? Zum Abschluss werde ich jedenfalls gleich nochmal zu diesem Schlafsack laufen. Na doch, hier bin ich. Das ist natürlich anfangs gewesen. Okay. 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 So eine Lampe, da kann man nichts mitmachen. Dann würde ich sagen, hätten wir hier wieder alles, außer hier wieder noch Splittergranate. Und einmal schlafen. Und dann kann ich auch eigentlich direkt noch... direkt noch da hoch... Direkt noch da hoch... Ähm, sühh, sü ob ich... Okay. Oh, a red away. Oh. Oh, oh. Was? Kann ja gut sein, dass das was über mir ist Was zum Was zum Oh War ich nicht Ah, das ist über mir Aber hier war doch noch einer Hm, oder war das nur der eine Ich meine, ich hätte zwei gesehen Hatte ich die nicht Vorher schon gelootet Okay So Schröpf Waffen Splittergranate Zeigen Sie sich Was Hm Hätte ich vielleicht vorher drauf gehen sollen Getarnt da drauf Dann eventuell eine Granate werfen Und sofort wieder runterfahren Mit ein bisschen Glück Springen die dann hinterher Mit ein bisschen Pech Bin ich tot Was Los geht's Äh Äh Hm Ja, die sind Offensichtlich etwas zu stark Ähm Dann müsste ich Jetzt habe ich hiermit ja auch Eigentlich kaum noch Ammo Äh Ich müsste da halt auch mit einem Irgendwie stärkeren Geschütz dran Vielleicht auch direkt mit der Power Ammo hier hinlaufen Wäre vielleicht gar nicht so eine Schlechte Idee Dass wir mit der Power Ammo da hochfahren Die umpusten Und äh Dann diesen Unterschlupf Als nächstes noch machen Boah Klingt eigentlich nach einem Ganz vernünftigen Plan Auch So Right away Mhm Hier ist es mal nicht Meine Freunde Na Wenn ich dich erwische Bist du tot Und Eröffnet das Feuer Endlich Eröffnet das Feuer Ah 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 Kommt da noch jemand Scheiße, was war das? Oh, scheiße, kauf! So, ihr Schweine. Dieses Mal nicht. Zurück in die Basis. Dann müsste ich aber mal gucken, was für eine Munition ich mit der Power Armor mitnehmen kann. Denn hier habe ich ja jetzt so ziemlich alles verballert. Füllen wir mal die Flaschen auf. Das waren, glaube ich, auch jetzt ein paar. Ne, also es waren nicht so viele. Okay, ähm, Transfer. Naja, es ist die Kiste. Da kommt das rein. Transfer. Schrott, Schrott, Schrott. Ein Kampfgewehr. Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, da habe ich oben auch noch eins. So, dann können wir den Schrott auch gerade noch wegpacken. Klump. Gucken wir mal mit der Ammo. 189, ja, das ist, äh, das ist bei beiden eigentlich zu wenig. Munition. Wir haben eine ziemliche Menge an Energie. Und das war es dann eigentlich auch. 44 haben wir jetzt auch ein bisschen was. 102. Aber ich glaube, 44 ist auch ziemlich scheiße. Davon ist auch nicht Wahnsinn. Naja, wobei, das ist eigentlich gar nicht so wenig. Ich nehme mal die mit, wovon ich ordentlich was habe. Fusionskanne. Nehmen wir mal die mit, die ein bisschen und ein bisschen schon verbraucht haben. Fusionszelle. Ähm. Waffen. Könnten den Raketenwerfer noch einpacken. Hm. Ne, die 44er Pistole. Also 44er ist die Pistole. Die ist eigentlich da nicht so schlecht. Mit 50 Schaden. Zelle. Das ist das Scharfschützengewehr. Und das ist das Sturmgewehr. Das sollte eigentlich passen. Wie viele Schrotpatrou- Das sind nur 53. Hm. Aber mit dem Scharfschützengewehr kann ich zur Not auch in den Nahkampf gehen. Das war ja hier im Nahkampf eigentlich auch recht gut. Also es hat eine sehr hohe Schussfolge. Ähm. Da muss ich mal gerade hier hin, da hin, bis dahin, bis dahin. Wir könnten halt noch den Raketenwerfer theoretisch mitnehmen. Ja, komm. Ähm. 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 Raketenwerfer. Wiegt auch nochmal 21. Rakete. Die sind natürlich auch nochmal gut schwer, aber dann nur 5. Dafür kann ich jetzt hier die Granaten reinwerfen. Kürtig. 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 Wie viel haben wir jetzt? Hm. Wir können natürlich jetzt nur verhältnismäßig wenig mitnehmen. Guck mal, ob ich hier noch ein bisschen was wegsortieren kann. Sortieren. Mhm. 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 Ja. Essen. Schmutziges Wasser kann auch noch weg. Rotierte Farnblume. Die lasse ich mal im Inventar. Mhm. Mhm. Ein bisschen Trinky-Trinky machen. Gut. Dann, äh, werde ich beim nächsten Mal oben, also hochfahren, diese Kreuzung sauber machen, da unten. Und, äh, dann, wenn das noch passen sollte, weiter nach Westen ziehen und diesen Unterschlupf machen. Ja, das ist doch erstmal ein ganz ordentlicher Plan, dann schlafen wir hier eine Stunde. Äh, ne, wir schlafen sieben Stunden. Das sollte dann reichen für ausgeruht und wup, wup, wup. Und, äh, ja. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal da rüberlatschen. Bis denn!